Darf ich begrüßen? Ah, gestern Abend haben wir übrigens einen Spartaner und der Weihnachtsmann miteinander Football gespielt. Das war fantastisch. Nein, wir haben gemeinsam gespielt. Was ist denn Stopp-Tanzen? Was sollten alle Kreaturen Tüten, die die Holzfäller bedrohen? Dann Tüte ich mal. Alle Kreaturen Tüten. Was ist Stopp-Tanzen? Ich kenne nur das Lied von Will Smith. Stopp. Stopp. Das ist super. Das ist voll toll, wir kriegen immer wieder neue Missionen. Alle müssen halt rumtanzen, solange die Musik läuft. Wenn sie ausgemacht wird, dann müssen alle so weit stehen. Ja, die Reise-Ruser in Lamb County auch. Und ich kenne auch die Ghetto-Variante, wo man sich dann mit dem letzten Stuhl wegschlägt. Da bin ich, 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 da bin ich. Bin, da bin ich dann geabfert. stirbt das letzte sind das letzte sind bisschen pflanzen sich killen muss das ist wirklich eklig ja wieso war das jetzt so einfach genau wie mord im dunkeln was irgendwelche komischen kindergespiele gespielt die ich nie gespielt habe weil ich nie als kind irgendwo gespielt habe glaube ich noch ein zweck könntet ihr auf mich an meinen traurigen kinder zu ändern werden wir sehen hießen die nicht auch echt ein jahr aus was was ist mord im dunkeln und was ist wenn du dein knochen ist weg ist voll gemein wenn ihr den bello die knorries wegnehmen jawohl alter was ist mord im dunkeln und was ist bello wo es ist könnten einen krieger zu unserem schutz gebrauchen muss man nicht mehr wie du du j du 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 schon muss man die pause gehen weißt du was stopptanz ist mord im dunkeln oder bello den knochen ist weg die wollen wir das nicht erklären ein Ah, okay, er hört mich gar nicht. Toll. Okay, als letztes ist das Ding angezeigt, aber ich kann da nichts machen. Ich hasse. Ich sammle. Der steht in Wüste. Nein, Walker. Er hat eine Hütte. Dieser Kreis-Stammbaum will wir einfach nicht weiterhelfen. Vielleicht gehen wir kurz mal zu Vaskas. Weil irgendwas muss ich ja Neu-Altar machen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo so eine Blume, die mich anschießen will. Normalerweise spawnen die ja sofort, wenn ich irgendwo lang gehe. Nee, Wehrwölfe habe ich damals nicht auf meinen Geburtstag eingeladen. Das Ganze ist immer nur Streit und Bluterei und Fetzerei. Das war nicht cool. Und wenn ich habe noch irgendwas mit Wehrwölfen gelesen habe. Ähm... Ein Kind legt sich als schlafender Hundbello auf den Boden in einer Kreismitte und dann stehen alle anderen Kinder um ihn rum und spucken drauf. Äh, nee, falsch. Das klingt irgendwie nach einer Bukake-Party. Aber ist okay. Ich lese weiter erstmal. Das haben wir in der Schule, haben wir es im Sportunterricht gemacht. Jetzt klingt das so, als ob ich auf der Behindertenschule war. Wenn man sowas gespielt hat, oh mein Gott. Und einer wird flachgelegt. Der Detektiv muss dann untersuchen, was für eine Geschlechtskrankheit er hatte. Hehe. Was ist jetzt Wehrwolf? Ich komme mit Ding. Hey, der kam stark hin auf dem Fußbrot. Und so kenne ich das ja gar nicht. Das ist ja vor der Arschlob. Komisch, dass wir keine Pflanzen spauen, diesmal, wenn ich irgendwo im Wald durchgegenlaube. Was ist ja vor der Arschlob? Ja. Das war's. Der Hundi. Alle tot. Alle tot. Erwolf ist für Erwachsene. Fällt mir gerade schwer, das kurz zu beschreiben, ohne dass ein Roman dabei rauskommt. Das war's. Das war's. Das war's. Dafür hab ich auch noch kein Ding. Dafür muss ich wahrscheinlich die andere Mission machen, mit diesem komischen... Watney Watt, äh, da. Komm, da stehen die Leute wieder unter einem Nicht-Vordach und werden nass. Hat dieses Ding da vier Tittys? Und eine Mumie. Ein Schmuckkässchen. Die Wassergötter sind nahe. Und da halten wir uns über einen Auftrag. Bitte helft uns. Eines unserer Kinder wird vermisst. Der Junge ist sonst stets schnell zurückgekehrt. Nur diesmal nicht. Vielleicht haben Wasserbestien ihn gefressen. Blasphemie. Die Druiden müssen ihn haben. Sie verwandeln Kinder in Druiden. Abgeschweichert. Also gut. Ich suche nach dem Jungen. Die Wassergötter sind nahe. Die Bäumefäller werden nervös. Wegen der Wodja neu. Wodja neu? Die Holzfäller glauben, dass die Wassergötter sie bedrohen. Die Wassergötter gewähren denen Gnade, die die Wahrhaftigkeit ihrer Mission erkennen. Die Holzfäller haben nichts zu befürchten. So unschuldig können die Fischleute nicht sein, wenn sie euch eine Gehirnwäsche unterzogen haben. Ich glaube, dieses Fischvolk muss ausgerottet werden. Ich würde gerne etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Derjenige, den sie Großväterchen nennen, kann eure Neugier befriedigen. Tja, den habe ich umgebohrt. Ich suche immer noch nach dem vermissten Kind. Sputet euch. Und hütet euch vor den Druiden. Ich werde schon aufpassen. Ihr sollt erhoben werden. Eure Feinde sollen untergehen. Die Welt soll in Demut verhargen. Denn ich frage euch, wer steht über den Göttern? Warten ja wohl Priester beim Altar zu töten. Das Leben im Sumpf muss langweilig sein. Wir können uns nicht beklagen. Tagsüber arbeiten wir. Abends erzählen wir Geschichten und würfeln. Wir sollten irgendwann mal spielen. Die Wassergötter sind... Komm, spielen wir mal hier gegen die Lady Würfel Poker. Aber ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von... Also mir fällt so Kinderspiele, Geburtstagspiele irgendwie null irgendwas ein. Nee. Das wir den Stammbaum mal weiter... Ich könnte versuchen auf eine 2 zu gehen, aber ich könnte auch einfach alle würfeln. Nein, ich bin ein Idiot. Ich hätte mich anklicken müssen zum Würfeln. Nein, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. ein gene für ein volk ich denke erst mal die melode von ihr ich weiß auch nicht was ich mit den leuten hier stimmt sie alle voll durch wir müssen jetzt die mission die ich gerade bekommen habe ich habe vor dem worten heroi priester beim altar zu töten auf geht's wenn ich erwachsen bin werde ich manche die einfach alle aus zucker sind unglaublich wie spät haben wir uns 2 uhr kinder speichert aber wie kommen wir in den worten er wollte das nachts dorthin wie eine uhr ist dunkel was regnet auch irgendwann doch hier im feuerchen höchler gefällt dir das ob das kleine kinder zu starten kranker typ wunderbar ich bin ausgeschlossen vom lagerfeuer ich kann nicht meditieren wenn das feuer aus ich muss es erst anzünden ausdauer ordne drei talent punkte das ist ja traurig und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirkt nur, wenn der Mond aufgeht. Ist das Ausdauer? Was ist ein Ausdauer hiervon? Müsste ja das oberste sein, oder? Ne, das oberste ist doch Leben. Ich bin verwöhnt. Ich bin verwöhnt. Hier kann keine Schwalbe, Weißkauz, Weiße Müffe, macht auch nichts. Wieso kann ich das denn nicht herstellen? Ah. Auf Weiße Möwe rum, Dings herzustellen. Wann muss ich morgen los? Quasi irgendwann mittelmäßig. Wieso? Weil es 2 Uhr ist? Wir haben noch Dinge zu erledigen. Komm ich jetzt überhaupt raus? Ja, das geht. Da war ein Geräusch. Wir müssen nur noch kurz den Typen töten. In 10 Stunden musst du da sein. Komm mal, kannst du noch als alter Mann deine paar Stunden schlafen? Irgendwas knurrt hier im Wald voll fies laut. Aber wir wollen da hin. Wir wollen gucken, ob hier irgendwo ein Preset. Ja, Lissi, du bist Profi von mal eben kurz. Ja. 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 wog neu wort's jawohl ich habe irgendeinen unschuldigen Fischmann gekillt glaube ich es ist gerade echt fies die ganze zeit das gefühl mich jagt irgendwas wenn sie die dancing schnecken frauen ich spreche es 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 Untertitelung des ZDF, 2020